Albträume Hast du nicht? Hast du Haut und Knochen, da kannst du auch gleich zu Rea gehen Oh, bitte dich Ich hab ja schon Albträume, aber irgendwann reicht's ja auch Jetzt schon? Ja, irgendwann ist auch Kopfkino soweit Kannst du gleich in irgendeiner Schule gehen und so ein altes Skelett nehmen Ich kann alle, es hat angefangen Ange- Ich stand mal Luft anzuhalten, nee Kann der nicht Boah, nein Oh nein, woher trägt ne? Ich hab gerade die Luft in der Hände aufschlafen Mit einem Hammerstein runtergefallen Vor allem sieht das an, er hat oh du musst dir halt vorspällen jedesmal wenn das passiert würde ich halt so ein Fleischbällchen aus wie kann den bitte jemand schlagen dann ey Flash der crafter der waffer von dem füllt sich was da los ja gut ne also müssen wir jetzt einen zweiten also müssen wir einen zweiten crafter bauen jetzt ne ne ich hab nen Upgrade reingehauen dass der schneller geht das ist gut warte mal das ist nicht gut doch doch das ist ne warte das ist nicht gut dann auch den noch während du schließt das an dem E-System an was ist ne 64er Festplatte einfach nur voll Lava ist aber auch echt so rette sich wer kann rette mich wer kann ne nö niemand hat Zeit niemand hat Zeit ah dann wurde ja ne auch ne kein smiley creeper oder ja wir haben nitro creeper ja nitro creeper ja ich hab jemanden gefunden aber ich hab kein Eis das ist äh blöd ich habe aber ich habe aber Eisen nein hab ich nicht so selten sind die das gar nicht wenn du rubys gefunden hast oder so dann kannst du dich auch dafür nutzen ich hab auch keine rubys doch ich hab über Eisen ruby 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 wenn du rubys gefunden hast Saphira oder die anderen da die grün mmmmm frage wie mache ich das dass ich meinen hammer reparieren kann damit mit cobble stone ja machst einfach neuen cobble stone in eine workbench rein ja aber wie mache ich dann den hammer damit wieder heil da in diesen in den einen workbench der so bronzemäßig aussieht der hinten in der Ecke ist haben wir vorhin doch Schon gesagt Oh nein, so einen brauche ich denn ja! Ich bin in der Höhle. Warum in der Höhle? Ja dann bau dir eine, brauchst du erstmal Blöcke. Ich hab ganz viele Blöcke. Ah, jetzt muss ich auch für den... Lass mich raten, ich muss für dich auch noch den Tisch raussuchen, wie der heißt, ne? Ja. Flash, es fängt langsam an zu ruckeln. Hier, nimm ne Tool Forge, die musst du dir herstellen. Okay, ne Tool... Leerzeichen Forge. Flash, die Beeren fangen langsam an zu ruckeln. Hört sich ernsthaft, oder? Ich hab nur noch 118 abgeholt. Ja dann, nimm was raus. Nimm mal ne Kiste daneben, ne? Ja, nimm ne Kiste, vielleicht 1 zu 1, okay. Wie, mittlerweile ist Kobalt mit Ardite zu Manuelin 1 zu 1? Dann brauche ich seine Ahnung. Seit wann ist das ein Mischungsverhältnis denn so? Warte, dass ich mal 1 zu 2... Och Lenny! Lenny, geh jetzt ein Glas Wasser holen. Das ist so viel Luft an. Höh! 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 Lennny, stell dich mal auf den Kopf, was funktioniert. Sagst du dem irgendwelche Sachen, die hier nicht funktionieren? Ja okay, was wirklich funktioniert ist ein... Was funktionieren soll und helfen soll, ist wirklich ein Essen... Ach, nicht ein Essen auf einen Teelöffel Zucker. Warum auch immer. Guck mal, schau mal, Tinkerarara. Was sehst du? Tinkerarara? Ja, zu tippen. Old Pie. Achja. Aber irgendwann sollte es auch wieder atmen, Lenny. Ich sagst ihm JETZT. So, weißt du, so 3 Jahre mal sprechen. Er war witzig. Das gibt's doch nicht. Wie lange kann man einen Schluck aufhaben? Das ist voll gut auf der YouTube-Aufnahme. Hat der YouTube-Auf oder was? Oh, hat irgendwer Federn? Nee. Federn? Und ich hab noch nicht mal einen Schluck auf. Sorry, I'm VIP! Ich bin lustig. Ich glaube, ich hab gleich wieder den Drang, mein Soundputz. Ich glaube, ich muss Hühnchen schlachten gehen. Ich glaube, ich schlachte dich. Hühnchen schlachten. Das ist wie so eine Katze, der schmuckt gleich bestimmt noch Fellbällchen. Lenny schmuckt Fellbällchen. Klar. Lenny halt. Fellbällchen entstehen dann mehr Lenny's. Oh, nee. Nee, bloß nicht. Jetzt kann ich mehr auf eine Turtlebound endlich. Ein Lenny ist schon schlimm genug. Problem. Weiß. Wir haben schon immer Probleme. Lux-Dakte sind ausgereizt. Was ist ausgereizt? Komplett. Generatoren produzieren nix mehr. Hab ich mir schon fast gedacht. Wir produzieren über 9400 RF pro Tick. Oh. Du weißt, was das heißt, ne? Ja, wir brauchen das in der AO-Kabel da. Richtig. Warum? Nimm doch einfach dieses Crystal-Stabilized-Teil. Das kann einfach infinite RUs durch die Gegend leiten. Ja. Doch nur bei F. Was kostet... So sieht's aus. Ja, da macht doch guck mal was die anderen Pipes kosten. Hier, diese anderen. Ja, das heißt hier sind Whetstone. Und der muss ja vollfüllen, ne? Brauchst ja... Whetstone-Energy-Flux. Ach Lenny. Flux, ne? Nee, wenn, dann brauchen wir Reson im Flug. Nee, Redstone-Energy. Nee, die können auch nur 8000. Ja, aber reicht doch. Oder nicht? Wir haben grad über 9400. Ja, dann musst du die Energies machen. Dann musst du hier die Ender-IO. Ja. Brauchen wir aber Ender-Person. Ender-Person. Ja, dann müssen wir eine Single-Use erstellen. Dann müssen wir einen Grinder dafür machen. Dann musst du... Ja, gut, dann musst du das Single-Use nehmen. Ach ne, das ist dann Verbrauch, ne? Und das Single-Use? Ja. Warte mal. Warte mal. Witz und Dinger haben laut, äh, Dingens, haben die nur 211 pro Teak. Da grad 9400 durch. Hä? 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 Was ist denn da kaputt? Was ist denn da kaputt? Two Tables? Was für'ne Tables? Jetzt zum Flugstuck. Was machst du denn jetzt, Lenni? Was machst du denn jetzt, Lenni? Ich versuch's zu craften während ich Schluck aufhabe. Das ist ziemlich schwer. Schöne unsere Hinten. Das ist nicht wahr, ey. Das ist... So, dein Feinheit der Folge. Aufschluck. 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 Ich brauche ein Ingwer. Ich brauche Wurz. Ich hab' drei Tonnen gemacht, obwohl ich zwei brauchte. Langsam ist aber gut, Lenni. Entschuldigung, dass ich meinen Schluck aufhabe nicht lenken kann. Kann ich auch nicht. Ich hoffe das aber in zwei Minuten hinweg zu bekommen. Boxt dir einfach am Bauch. Geh zu deinem Bruder und sag einfach, boxt mir bitte im Bauch. Ja, treten, treten, das hilft besser, weil die Aufschlagfläche... Achso, du meinst wegen Sidekickung so, ne? Ja, ja, genau. Einfach so Sidekickung. Aber dann bitte so Nierenrichtung. In die Leber, Leber ist noch besser. Oder Solarplexus, das ist auch toll. Ja, da haust du aber lieber drauf. Treten geht auch ganz gut, oder? Eisen und Fer... Fabulous. Ja. Du brauchst doch bestimmt Oranium wieder, ne? Möglich, aber jetzt noch nicht. Ja, später wahrscheinlich wieder. Kennt man ja schon. Ja, ja. FABULOUS! Das ist ein Junge, ne? Was ist das für ein Wunsohn? So ein Wunsohn wie du? Ich denke, sie ist SORRY I'M BE HAPPY! Neeeee! Neeee! Neeee! Und noch ein... TABULKRAFEN! 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 Särkeren Flugsdukte können nur 4.811 Ja, aber vielleicht ist das anders gerechnet, weil es kann ja nicht sein, dass die Einpipes da, die ja nur 200 haben Ja, aber da gehen ja 9600 um Ich bin ein Pro-Trinkerer Pro-Trinker? Ja Pro-Trinker Twinker, Twinker, Little Star Vielleicht hat ein Schaden, das ist immer klar Boah, Lenny, ne? Achso, jetzt können sie auf einmal 19.000 Ach, die wurden